herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir euch wieder von flair alle weiteren informationen zu diesem album unter tracklist sowie natürlich auch die links zum album findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung wieder von flair das ganze im märz 2021 erschienen wir mal wieder ein album aus dem bereich deutschland es ist das 17 album von flair das ganze über maskulin erschienen wir haben hier einen pappschuber auf dem cover so einen schmuck anhänger also wie so eine halskette die dann hier mit diesem anhänger kommt ein wieder kopf in rot dann darunter der schriftzug an den seiten einmal zweimal nein unten nicht aber oben beschriftet und auf der rückseite haben wir einmal die tracklist mit insgesamt 19 songs weitere infos und barcode wir lesen hier auch dass wir eine zweite haben also eine instrumental cd und wir haben zahlreiche features also mit dabei sind basult an hengst sido basult an hengst tag 32 basult an hengst level kollega prinzip und nochmals hengst dann ziehen wir den schub mal ab und kommen zum eigentlichen cover und zwar haben wir hier flair darüber der rote widerschriftzug verbrauch hinweis unten links auf englisch seitlich beschriftet und auf der rückseite nochmals die tracklist nochmals die infos und der barcode und wir haben hier flair zu einem hauseingang hier sind so die ganzen postkästen gut ich würde sagen wir schauen rein machen hier einmal auf so als erstes wie immer geht ins booklet das ist das cover dann haben wir hier flair vor diesem schönen bändli die credits zum album also alles hier in schwarz und rot geschrieben dann hier nochmal vor diesen postkästen dann hier mit weiteren kollegen die tracklist mit den infos bilder nochmals vor dem bändli und dann zum abschluss noch einmal seims der das album produziert hat der bärtige mann jetzt ist mir gerade vorhin der name nicht eingefallen auf anhieb aber wo haben wir denn genau jetzt ist mir der name auch wieder eingefallen beko natürlich so dann kommen wir zu den cds wenn das booklet hier wieder rein geht ja die nummer eins kommt hier in rot mit schwarzer beschriftung wieder cd1 album sieht so aus und direkt dahinter haben wir dann die nummer zwei hier nochmal das bändli logo auf dem asphalt und dann haben wir hier die cd2 nämlich die instrumentals jawohl gut das war es soweit cd2 cd1 gehen zurück und wir packen auch wieder den schuber drauf so mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr flair und auch mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute wir sehen uns beim nächsten unboxing passt auf ciao so Vielen Dank.